Ui! Mary ist fetter. So... Mal... Ja, ich brauch Reels, äh, Räder. Und zwar die vier. Wes? Ja. Insurgent hat vier Räder, oder? Hm, ja, sollte haben. Doof, wenn's bloß drei wären. Kevin, die Einladung ist schon raus. Ich bin dabei. Einladung ist raus. Oder einladung. Alter. Ja gut, Dani, ist egal, ist er nicht mein, oder? Ja. Was? Versenken muss kurz. Nein. Mach du das, ich hab eh kein Geld. Na gut, ihr zahlt's ja. Versenken muss, komm. Bekommst 2.000 verhalten gute Führung, wenn ihr wüsstet. Meiner steht hier, obala. Oh! Show me, homie. Oh, neu, Martin. Oh, neu. Oh, neu. Oh, neu. Oh, neu. Muss ich sagen, warten wir noch kurz auf den. Naja, sobald er wieder reinkommt. Aber die Einladung können wir trotzdem mal annehmen. Oha, Dani. Hi. Warte. Hey, nicht umgefallen. Was? Too bad. Kommt er dann. Was macht ihr denn eigentlich? Martin. Martin? Ja, der ist nicht da. Warten auf Martin. Ja. Warten auf Martin. Warten auf Martin. Ja. Die Todeshupe. Die Todeshupe. Vom Halloween-Update war das drin. Ach du Scheiße. Die gibt's übrigens immer noch, die Hupen. Naja, die lassen die Sachen ja drin. Ja. Ich hab sogar Dings, Leichenwagen. Das vorne hinten ist da so ein Frankenstein drin, der mit der Hand noch so winkt aus dem Fenster. Oh Gott. Ich hab das Auto erschlagen. Geil, geil. Ich sitze hier und warte auf euch. Wir haben Spaß. Ja, ich merk das schon. Wo bin ich denn hier, verdammt? Ach Gott. Vom Hafen, oder was? Ja. In diesem blöder Zaun, da komm ich nicht drüber. Ah, da ist ne Treppe. Wo ist er denn? Hat er schon irgendwen geschrieben? Du hast nicht das gemacht, was ich denk. Das hast du nicht gemacht, oder? Was? Du zahlst es ja nur. Ne, in dem Fall nicht. Geil. Du bist nicht ins Wasser gefahren und vorher rausgesprungen, oder? Ich bin nicht rausgesprungen. Ich hab mit meinem Auto ins Aue Wasser geschoben. Hm? Oh, geil. Ach, da warten wir sind doch da. Warte ich ziehen. Da drin. Da ist er wieder. Nein, da ist er wieder. Bei mir hat's grad irgendwie ein bisschen gespackt, deswegen. Ja, ist passiert. Hast du gesehen, was ich getan hab, ja? Was? Nein. Wo ist denn der andere Insurgent hin? Ja, ja, ich weiß. Das ist ein bisschen weg. Micha verabschiedet dich gleich mal von Diamond Surgeon. Probier's halt. Ja, das ist... Vor allem sitzt du Micha grad drin. Hey, lass auf mich schießen! Martin, hör auf jetzt! Warten! Ja, bin ich mal umgebracht. Könnt ihr mal jetzt bitte in die Sitzung dazukommen? Ja. Alle Einhandlungen. Martin, hör auf jetzt! Ich hab ihn nicht. Ich mach doch gar nichts mehr. Ja, aber du bist hier schon... Dani! Alter! Ich hab grad weggegangen. Könnt ihr wahrscheinlich sowieso selber umbringen. Problem ist, dass du zahlen musst. Dann! Ja? Es war zu spät. Nee, weil du das letzte am Auto warst. Habt ihr das jetzt auch geändert oder wie? Ja. Scheiße. Warum haben wir das jetzt geändert? Haha, genau aus dem Sinn wahrscheinlich. Naja, das kann sein. So, ich hab die Einladung mal angenommen. Mhm. Martin ist schon drin. Jo. Wo ist er denn da unten? Da muss ich jetzt nicht da rausschwimmen. Dann haben sie sich das tatsächlich geändert oder wie? Ja. Schade. Trümlich von Insurgent kannst du mit dem anderen Auto schlecht wegschieben. Außer mit einem Insurgent oder mit einem Panzer. Tja. Für Medikopter kannst du nicht wegschieben. Gut. Wenn ihr bereit seid mit Wach und Munition kaufen, dann würde ich gern starten. Jaja. Bereit. Micha. Können zwischendurch mal was trinken? Ja. Hat seinen Vorteil, ne? Ich hab in den letzten drei Stunden nichts getrunken. Mal ne Flasche. Was hast du jetzt auch? Ja. Was ist denn die Kacke hier? Was gibt's denn da so? Alles so langweilig. So, Rebel. Ne, ich brauch mal Rebel. Mach mal Rebel. Mach mal Rebel, genau. Und Maske. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaub den nehm ich. Hey Dani, ich hab gehört, du sollst deine Maske aussetzen. Reicht doch. Bisschen Absperrband. Bisschen du? Die hat das hinten mit dem Klebeband. Mit dem Absperrband. Glaub ich hab ein bisschen zu viel Schminke aufgetragen, kann das sein? Mhm. Vor allem so dick, dass der schon wieder absteht, ne? Die ist ja ekelhaft. Zipfelmütze? Verdammt. Zipfelmütze. Das ist zu Zipfel. Zipfel gesagt. Das findest du jetzt wieder toll, ja. Zipfel. Nein, ich hatte dich deswegen gehört. Ich war zum Recht von den zwei Autos Farmer. Also das ist mein Kuruma. Ich hab den direkt zu machen gefordert, weil der andere irgendwie versenkt worden ist, ja. Nö. Komm, rein. Kuruma, schneller. Ja. Ich fahr mit dem Insurgent. Warte, wo bist du? Los geh. Ne, wer ist da? Okay, it's time to catch the bus. Mein Auto ist nicht versenkt. Ja. Ja. Nein, nicht mehr. Hä? Noch nicht. Fack. Hallo? 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 Ja. Okay. Wir machen das gerne frisch. Mach mal das Finsertooth, zieh! Zieht! Gleich hängt er sein Kopf raus. Wie ist der Mund? Ah ja... Meine Tür! Ja, das ist so gut! Aber bücherweise, was der Vorhinein passiert, ist, was ist mit Fettlein-Einstock? Du musst nicht mühsam ein neues Fenster einbauen! Ja, das tut mir. Wenn du das einbauenst, dann alles in einstein. Wir haben alle anderen Farben. Sorry, alle anderen Farben sind aus. Ach was? Wie auch der Motor verdreht. Ist der Charme und Sterne? Nicht von mir. Den ist der nur komische Fahrweise aufgefallen. Irgendwie hast du vorne ein, zwei Kratzer im Auto. Naja, das ist das Bisschen. Bisschen Schmutz ist immer... Das lässt sich raus... rausformen. Dann gehst du mit dem Föhn drüber. Mit ein bisschen Schmucke. Strator! Danke! Der Baby noch fliegt! Obwohl er sich mal um ihn den Kopf geht. Ich fahre doch aufm Auto mit. Oh! Ey! Ihr, wenn der Herr fliegt! Jetzt nicht mehr! Jetzt nicht mehr! Da hing noch quasi wie auf so einem unsichtbaren Dach oder so. Bis da irgendwie zwei Meter über uns ist. Wir hatten das heute, glaube ich, immer zweimal mit Werkzeug bei Missionen. Einmal schon, glaube ich, ein Auto in der Asphalte gedrückt, einmal ein Motorrad. Da ist er vorne zum Kopf. Ich glaube, wir sollten das nicht gesehen werden. Ne, der Typ war zwei Meter über uns quasi in der Luft und ist hinterher geflogen, so wie wir gefahren sind. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe nur zwei nach hinten geguckt, aber da war... Normal übern Boot. Ich bräuchte mal wieder eine Holzleitung. Oh, nein, ich bin nicht mehr. Wo? Oh! Oh, jetzt. Aber wir haben gerade auch gesehen, dass der Wagen einfach so wild herum gewedelt ist. Guck mal, der Wagen ist... Der Wagen ist... Der Wagen ist... Nein, das ist auch nicht. Der Wagen ist nicht. Der Wagen ist nicht. Aber wieder eine Wagen. Der Wagen ist... Der Wagen ist... Der Wagen ist... Der Wagen ist irgendwie am Boden. Ach, ja. Wie der LKW jetzt. Auch jetzt. Ähm, wir müssen zu dem blauen Punkt. Ja, ja. Oder unterwegs. So. Vielleicht hast du versucht doch da einen Punkt anzuspannen. Nein, nein. Das ist ja die Straße hier, wo der Wagen ist. Das ist weg. Ach, das war die Scheiße, wo wir eine halbe Ewigkeit bei... Auf der Landstraße waren. Oh, ja. Ab ihn. Ähm, da holst du einen Punkt. Ich hol das von den Helikopter. Ich hol das von den Helikopter. Der erste Streifen lang ist down. So wird er down. Frage jetzt auf... Wie kann man den Punkt stehen lassen? Und uns hier jetzt erstmal bepanzen? Äh, dann gibt Gas. Wäre eigentlich glaube ich nicht. Das können wir eigentlich auch mal probieren. Stimmt. Ja, das läuft jetzt ja eigentlich nicht. Das sind Brust stehen. Das ist glaube ich so einfach. Das heißt, warum ich mal so abhauen nach. Wenn wir zwei da drin. Ja. Ja. Ich war ungefähr mit einem... Ja. Wer konnte jetzt. Wir sind ja nicht unter Zeitdruck. Ne, wir müssen die Cops loswerden. Wenn ich die Frage gehabt, ob das auch schon geht, bevor wir... Ähm... Ja doch, es blinkt. Müsste gehen. Wenn es dann loswerden. Wann sie sehen uns, wenn wir so liegen bleiben? Ja. Fangen wir zum Prüffeld. Ha? Was äh... Weikäfer-Taktik. Ja. Achtung, August. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Ja. Alles klar. Bonds points. Ja. Müsst nur eigentlich knapp, ander. Jaa. Jaa. wieder raus, wieder raus, dass man bretter, also jetzt einfach durch, weiter durchfahren ich bleib jetzt mal hier stehen ja, die müssen ja hoffentlich funktionieren die fahren weiter nach hinten ich gucke bloß, dass von vorne nichts wieder kommt oder so ich schaue nach hinten ja, von vorne kommt nämlich schon wieder was, aber ich glaube, die sind auf der nebenstraße, die dürfen uns nicht sehen die sind auf der Hauptstraße, deswegen sehen wir uns da kommt die anderen sind ziemlich langsam, das ist okay weil die jetzt die Straße wahrscheinlich in unsere Richtung versuchen zu fahren ja, ja, aber dann kann ich wieder Gas geben so, da vorne, jetzt kommen wir schon was weg ja, die hinten fahren auf der Straße lang ok, weg jawoll jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir keine Stande kriegen, wenn wir das Ding einsteigen richtig jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen liefer ohne gepanzertes Fahrzeug ihr habt da noch eins, wir müssen ja nur einen ja, aber der Bus ist nicht gepanzert stimmt, ja gut das war ja, das war ja das war ja ja, das war ja ja, ja ja, dann fahre ich mit dem Bus jetzt gleich raus ja, dann fahre ich mit dem Bus jetzt gleich raus ja, dann fahre ich mit dem Bus jetzt dann fahre ich mit dem Bus jetzt ja, dann fahre ich mit dem Bus jetzt wo ist das so, so ein bisschen, eine Sache ich hab ein FIB Auto übrigens ja, ja diese Camaro von den so Char-Carros das ist Kevin, du guckst, dass du das Sternlosrecht schlicht und kassier die hinterher machen ich bin schon dabei mit dem ding ist es nicht so einfach du ich stehe hier mitten im ersten feldweg und das wird sich keiner für mich ja mir fahren sie einfach gerade alle hinterher können wir ja nichts tun ich habe ja alle türen die vergossen sind aber es fällt ja noch in meine richtung die penner nein ihr seht mich nicht nein der bus ist nicht wirklich gut fürs gelände dann fahre ich den quasi entgegen auch noch wieder fünf stunden kommen ja ich habe den zug war sie als sperre zwischen mir und kopf ich habe die ganzen ich habe die kopfseil jetzt hinter mir super warum machte das ja ich bin unterwegs richtung als hier sind es leid ich habe alles hinter mir haben sie mal weg ich habe mich an den kopfseil wahrscheinlich auch nicht also 1 1 habe ich hier ja ja doch ich bin wieder mal da ich hatte gleich hinter mir habe ich fahr im dreck was solltet ihr machen machen so einen kleinen appare kanal wo vielleicht gerade ein mensch reinfliegt und der wollte gerade am auto nein das ist mir doch dann zu viel spielzeug ich hau da mal ab gut ich bin sie los ihr müsst jetzt noch loswerden ok dann fahre ich jetzt auf die autobahn rum müssen wir die loswerden oder brauche sie zu den gezogen warte bis dein tipp die kopfabbeschickung hat ich fahre ins gefängnis da suchen sie nicht nur wenn sie dich am wenigsten vermuten da wo die hochbruch ist direkt vor ihrer nase so von mir blinkt so ich blinke schon ja ich auch ich bin auch schon in der nähe von dem ding ich blöcke da mal stehen so kommt sollst du schon wieder zu nah herankommen ok ich bin ja glatt ziemlich eingekesselt dann sind wir jetzt unterwegs 700 meter ja also auch unterwegs 700 meter wie viel auch 700 1,5 meter 1,5 meter 1,5 meter 1,5 meter ja ich bin oben auf der autobahn wozu um zumindest erstmal auf eine straße zu kommen so wir sind da ich fahre mit den autos querfelde ein einfach um die kopflos zu werden und nicht auf der autobahn ihr fahrt ein auto ich fahr den bus ich fahr mit einem lkw querfelde ein um die loszuwerden ich fahr mit einem flugzeug querfelde ein ein hier nur mit einem Das müssen die mich so nochmal machen, da hab ich auch keinen Bock drauf. Weil das wäre ein unnötiger Fehl. Der kann mir die Lichter ausschließen? Ja. Hör auf, bitte auf die Lichter die Lust schießen. Äh, Dani, du hast da eingebrochen? Ja. Oh Gott. Das schafft man. Sehr hübsch, ja. Wie neu, oh Gott Dani. Der schüttel auf den Kopf. Der schüttel auf den Kopf. Es ist so ekelhaft. Juhu, Martin. Woll. 15.000, Alter, ich glaube ich komm an meine 2 Millionen ran, wenn wir hier fertig sind. Ich komm nicht mal eine ran. 1,9 hab ich, 1,9 irgendwas. Ich komm nicht mal eine halbe ran. Ich hab doch gar nichts gekriegt an Geld. Ich hab das Ding am 400.000 gerade für die Scheiße bezahlt. Ich bin quasi pleite. So. Warte ich jetzt auf den nächsten Teil. Das müsste... Und direkt 10 Nachrichten bekommen. Na ja. Hast du mich ausgeschlagen? Ne, jetzt gerade eben. So. Warte. Warte. Radio aus hier. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Was ist denn hier im Weg? Ein Busch? Ein Busch. Das hört sich so schief an. Ja, geh weiter. Hört sich die Hupe, äh, die Hupe, äh, wirklich komisch an. Keine Ahnung. Bei mir hört es sich eigentlich immer gleich an. Gegenverkehr! Oh, gibt ein Gegenverkehr. Einladung. Ich weiß, Sekunde. So, Station, jetzt müssen wir die...